Stefan? Yes. Heute kein Blumenkohl. Okay, okay. Auf jeden Fall kein Käse. Kein Käse. Danke vielmals. I know everything. Hey, bin es was zu... Okay. Musst du noch kurz riechen. I don't know what? Banana. Ah, das gibt es bei Stefan aber. Ich glaube, das ist eine Süßkartoffel. I don't know the name in English, but in Portuguese sweet potato. Is das eine Süßkartoffel? I want to say this, but I don't know what to say. Okay. Süßkartoffel, oder? Gut. Ja, also... Easy. Das sind Eier. Ähm, weg. Das sind die Eier aus der Freiland-Haltung, oder? Oder Bio-Eier. Ja. Really? Eier. I have to do this everything. For my wife. Omelette. Omelette, ja? Spill-Eye. Ich brauche Schule, ja? Ein Buch. Ein Buch. Ein Notizblock. Ein Schreibheft, oder wie sagt man dem hier? Wie sagt man bei mir? Ein Block. Ja? 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 Das ist gefährlich, oder? Ähm, Taschentücher, schätze ich mal. Ja, das Papier für die Nose, für die... Tisches. Ja, ja, ja. Bei uns sind das nasse Tücher oder so Handtücher-mäßig aus, oder? Popcorn? Oder einfach Nüsse? Äh, Mais. Cereal. Kaffee. Du kannst daraus trinken machen. Ah, ein Protein. Nimm mal deine Hände raus. Ah, Kaffee. Ah, das ist ein Kaffeebogen. Na, Alter, ich weiß nicht. Ah, das ist... Das ist ein bisschen schwieriger. Spaghetti. 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 Ah, Pasta. Ähm, Pasta. Spaghetti. Ah, Nudeln. Sind das vielleicht Nudeln? Jetzt bin ich aufgeregt. Niemals. Niemals. Nee. Ich fass nicht an, keine Chance. Ähm... Das ist, äh... Gelb-Ding. Gelb-Ding. Weiß. Ein bisschen weiß-gelb. Für Omelette, Pasta. Ja. Was ist das? Ähm... Butter. Ja, super. Sag sie. Ein Block Butter. Ja. Ja. Das merkt man. Ey, ich hab das gesagt, ne? Ich hab das gesagt. Erstens, ich hab gesagt, das ist ein bisschen Geld von, ähm... Geld. Weiß. Für Brot. Jente, das ist Butter. Ja, das ist Margarine. Auf jeden Fall kein Käse. Kein Käse. Danke vielmals. Ich fass nicht mal. Ich fass nicht mal. Jetzt Special, oder wie? Ah, oh. Kromwacher. Pilz. Oder was ist? Nee. Radler. Aha. Okay. Ah, 0,0? Oder wie? Ja, okay. Ja. Sehr gut. Super. Ja. Top.